Wie wir das Spiel schaffen, wir haben die Squid Game Cookies gebacken und anschließend verdeckt Formen gezogen, da wir ja schon wussten, welche gut und welche schlecht sind. Dabei hatten wir beide nur so halbwegs Glück. Schreibt mal in die Kommentare, welche Form ihr gerne gehabt hättet. Dann haben wir den Timer gestellt und durften keine Zeit verlieren. Die Kekse sind übrigens richtig hart und es ist echt schwer, was auszustechen. Aber bei mir ging es echt gut los. Ich konnte direkt am Anfang ein großes Stück rausbrechen. Wie sich Shilam schlägt, seht ihr übrigens auf ihrem Profil, also schaut da gerne mal vorbei. Bei mir ging es übrigens echt gut weiter. Ich konnte kurz darauf wieder ein großes Stück abbrechen und hatte den halben Stern einfach schon frei. Ich dachte, ich könnte es schaffen, aber dann passiert ein Missgeschick. Die Ecke vom Stern ist mit abgebrochen. Somit musste ich meinen Stern so abgeben und wurde disqualifiziert.